Stell dir vor, eine magische Welt öffnet sich dir. Willkommen zu den Dreamtime-Stories von Entspannung wirkt. Schwebe mit ihnen zum Herbstschloss von Elfenhain. Besuche den magischen Pilzwald, die Insel der schlafenden Glücksdrachen und erkunde deine Träume in der magischen Spiegelhöhle. Komm in die gemütliche Kürbisvilla, ins Tal der Glühwürmchen oder wage dich in die Weiten des Weltalls, in den Kronogärten der vergessenen Zeit. Das Tor zu diesen fantastischen Traumreisen öffnet sich nur für kurze Zeit. Sei dabei! Deine Reise ins Traumland beginnt jetzt! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!